Gewissenhaftigkeit Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten. Mein Name ist Sukadeh von www.yoga-vidya.de Gewissenhaftigkeit Gewissenhaftigkeit ist eine wichtige Eigenschaft. Eine Eigenschaft, die du brauchst, um zum einen harmonisch mit anderen Menschen umzugehen, um erfolgreich zu sein, um die Dinge, die für dich wichtig sind, auch zum Erfolg zu bringen. Gewissenhaftigkeit heißt, dass das, was du tust, du auch so gut machst, wie du kannst. Wenn du etwas tust, dann machst du es richtig. Gewissenhaftigkeit heißt auch, dass du die Aufgaben erledigst, die du übernommen hast. Egal, ob man sie dir anvertraut hat, ob du dich freiwillig dafür gemeldet hast, ob du das als Teil deiner Arbeit machst und dafür belohnt wirst, ob du es als Teil machst, dessen was ausgemacht ist unter deinen Freunden oder in der Familie, mit deinem Partner, oder auch, ob du es dich freiwillig gemeldet hast in einem gemeinnützigen, ehrenamtlichen Engagement oder auch in einem Yoga-Zentrum. Gewissenhaftigkeit heißt, die Aufgabe dann, eben gewissenhaftig zu tun. Und manchmal bedingt Gewissenhaftigkeit auch eine gewisse Disziplin. Ich bin zwar der Meinung, dass unterschiedliche Menschen unterschiedlich sind. Und so gibt es die gewissenhaftere Menschen, die man vielleicht mehr als so Pitta-Kaffa-Menschen bezeichnen kann, oder auch die introvertierten Kaffa-Menschen, die Ordnungsfans. Im sogenannten Disk-Persönlichkeitsmodell ist ja Gewissenhaftigkeit einer der vier Hauptcharakter der Menschen oder Temperamente der Menschen. Aber, und es gibt eben solche, die mehr locker flockig sind, die Vata-Menschen, wie wir im Ayurveda sagen, oder die I, mit hohem I-Menschen in diesem Disk-Modell, die Initiativen, die Leichten, die tausend Ideen haben und dieses und jenes und so weiter. Oder auch die Idee, wie die Dominanten, die etwas bewirken wollen, die etwas durchsetzen wollen, die entscheidungsfreudig sind, denen geht es ums Ziel und dazwischen ist die Gewissenhaftigkeit nicht so wichtig. Oder auch die S, die mehr sozialen, die geselligen, wenn es darum geht, mit anderen gut zurechtzukommen. Ihnen ist es wichtiger, die Gefühle der Einzelnen zu berücksichtigen, mit jedem harmonisch umzugehen, als eine aufgabenorientierte Gewissenheit. So ist also Gewissenhaftigkeit eine Eigenschaft, die für einen Teil der Menschheit besonders wichtig ist. Und wenn du zu denen gehörst, dann kannst du dich wertschätzen, andere können sich auf dich verlassen und das, was du machst, machst du gut. Aber sei dir auch bewusst, es gibt andere Menschen, die haben nicht diese Gewissenhaftigkeit wie du. Sie sind deshalb keine schlechten Menschen. Sie haben nur andere Fähigkeiten, die du vielleicht weniger hast. Glücklicherweise gibt es im menschlichen Zusammenleben unterschiedliche Menschen, die unterschiedlich sind. Wenn Menschen sich gegenseitig wertschätzen für ihre besonderen Eigenschaften und nicht versuchen, dass jeder so ist, wie man selbst ist, dann funktioniert es gut zusammen und es ist auch sehr effektiv. Man weiß, Teams sind umso harmonischer, je unterschiedlicher sie zusammengesetzt sind. Aber angenommen, du bist jetzt ein Mensch, der nicht so viel Gewissenhaftigkeit hat. Vielleicht bist du so ein hohes I-Mensch oder ein extravertierter Vata-Mensch. Auch dann ist es wichtig, eine gewisse Gewissenhaftigkeit zu haben. Denn du willst ja auch etwas bewirken. Du hast zwar tausend Ideen, aber du willst auch mit anderen zusammenarbeiten. Du willst auch von anderen ernst genommen werden. Eine gewisse Grundgewissenheit brauchst du, damit du auch etwas bewirken kannst. Ansonsten schwebst du einfach in der Luft. Du bist locker und flockig, aber du denkst, du bist so freundlich und nett und andere ärgern sich über dich, weil sie dich für irgendwo unzuverlässig halten. Und Unzuverlässigkeit ist keine gute Tugend. Deshalb, wenn du jemand bist, der normalerweise eher locker flockig ist, der normalerweise eher sich um die Gefühle von sich selbst und anderen kümmert und vielleicht auch mehr um das Ziel geht, eine gewisse Gewissenhaftigkeit in der Ausführung ist auch notwendig, damit sich andere auf dich verlassen können. Und gerade wenn du einen Menschen hast, für den Gewissenhaftigkeit wichtig ist, dort gilt es auch auf ihn oder sie Rücksicht zu nehmen. Das sind einige Gedanken zur Gewissenhaftigkeit. Mein Name, Sukadev von www.yoga-vidya.de Dies ist ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten. Vielen Dank.